Hier unten rechts bei dem runden Ding die Wiedergabegeschwindigkeit schneller drehen, da ich ja so langsam rede. Wobei mir das hier noch nicht gefällt. Moment. So, so kann man es lassen. So. Na, wirst du wohl. Ja, heute wieder unsere Themen, Kurznachrichten und Tagesthemen und wissenschaftliches Heute-Journal. Schauen wir mal. So. Unsere Tagesthemen heute so ähnlich wie gestern, weil es so wichtig ist. Wählt wir 2020 Bodo Schiffmann plus Next Scientists for Future Reformen ist gleich Schutz vor AfD, Markus Krall, Thilo Sarrazin, Ulrich Kutschera und der Gemeinwohlökonomie. Ja, es ist wieder mal ein längerer Vortrag über die Gemeinwohlökonomie erschienen, den ich natürlich für Sie geschaut habe. Und da wurde nochmal so wiederholt, zum wiederholten Mal nochmal deutlich, sozusagen, was das bedeutet. Nochmal kurz vorab unser Slogan-Vorschlag an die Partei Wir 2020, den wir also hier aus einem Internetkommentar übernommen haben und noch ein wenig verbessert haben. Nämlich hier Wir, also groß geschrieben von Wir 2020. Wir verbessern die Politik der Grünen, der SPD, ja, da müsste man eigentlich, wenn man das perfekt machen will, muss man das noch. So, der SPD und der linken Teile von CDU, FDP. So, jetzt haben wir es nochmal. Wir verbessern die Politik der Grünen, der SPD und der linken Teile von CDU, FDP. Keine Spur von der Linken und der AfD. Punkt. Ja, das muss die Formel sein. Denn wie gesagt, was ist das Problem bei der AfD? Die ganz kurz nur, ich habe ja gestern schon ausführlicher gesagt, diese Deutschtümelei, dieses Verliebtsein in die deutsche Kultur, dieses Spur an Nationalismus, an Nationalistischem und so eine ganz leichte Prise Rassistisches, das finden wir leider so diesen Hauch, das ist vielleicht nur ein Hauch, das ist mehr ein Gefühl, als, dass man es so ganz konkret vielleicht immer festmachen kann, ja, ist es also bei Thilo Sarrazin und Ulrich Kutschera eher sowas, ja, da ist sowas deutschtümeliges, deutsch-kulturverliebtes, ja, und dazu nochmal die ganz klare Aussage. Wollen wir wirklich eine Kultur, ein Deutschsein erhalten, das Adolf Hitler produziert hat, das den Nationalsozialismus produziert hat, einen der größten Massenmorde der Menschheit produziert hat, ja, das will ich doch nicht erhalten, wir wollen die europäische deutsche Kultur verbessern, menschlicher machen, sozialer, menschenfreundlicher machen, ja, glücklicher, gesünder machen, aber doch nicht erhalten, ja, und dann auch die Grundidee irgendwie von der genetischen Abgeschottetheit, die auch so irgendwo bei all diesen Leuten, ich gehe nochmal zurück hier auf bei sozusagen bei der AfD, bei Markus Krall, bei Thilo Sarrazin, Ulrich Kutschera, dafür war jetzt kein Platz, bei der Gemeinwohlekonomie nicht, die gehört wieder ins andere Lager, die gehört, ja, also, wir wollen doch sozusagen, müssen doch ganz klar sein, natürlich werden wir alles tun, dass unsere Karrierefrauen, unsere fähigen Frauen wieder ein paar Kinder bekommen, aber es kann auch nichts schaden, wenn aus aller Welt, aus Schwarzafrika oder aus Indien oder sonst wo aus der Welt, die klugen Köpfe zu uns kommen, ja, sozusagen, ja, da schimpfen dann wieder die Linksextremisten, denen es ja mehr um den Rest der Welt geht, als um die Bürger nebenan, da schimpfen die wieder, ja, ihr nehmt ja dann Schwarzafrika und Indien die fähigsten Köpfe weg, die besten Unternehmer, die besten, besten Fachleute und Wissenschaftler mit diesem Braindrain und so weiter. Ja, aber, ja gut, das ist eben der gesunde Egoismus, den auch wir haben müssen, ja, denn das machen ja auch andere Länder, auch andere Länder werben ja aus Deutschland auch fähige Köpfe ab, ja, und wir machen das eben auch, ja, und das gehört eben zu einer, sozusagen zu einem Staat oder überhaupt zu einer Menschengruppe, die überleben will, dass sie immer auch eine Offenheit hat, wenn von außen fähigere Leute mit guten Genen dazukommen, dass man die gerne aufnimmt und zwar auch gerne aus Schwarzafrika oder sonst wie, Hauptsache sie sind reich, können Arbeitsplätze schaffen, sind Unternehmer, sind reich an Intelligenz, an Fähigkeiten, an Kompetenzen, mit denen sie im Prinzip den Intelligenzdurchschnitt bei uns vergrößern, nur eben, wie ich ja schon tausendmal gesagt habe, Null Parallelgesellschaften, dafür werden, darauf laufen die Reformen der Next Scientists for Future hinaus, Null Parallelgesellschaften, Asyl, ja, aber nur noch in den Asylanlagen vor Ort, aber niemals in Europa, also, und nur noch ein knallhartes Einwanderungsgesetz, bei dem es nur um Kompetenz und Arbeitsplätzen, Schaffungsfähigkeit geht und so weiter, aber niemand und dann, wie gesagt, zehn Jahre Gefängnis, richtiges Gefängnis, hart gewordenes Gefängnis für jeden, der ohne Aufenthaltserlaubnis, ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland angetroffen wird, sodass wir dann endlich alle, die wieder rauskriegen aus dem Lande, die hier nicht wirklich legal sind und dann natürlich mit dem Wirtschaftswunder auch das Abkaufen von Staatsbürgerschaften, von Parallelgesellschaften, sodass wir das Problem dann auch lösen. Alles gut, schön und gut, also man sieht, man kann vernünftige, also eine vernünftige linke soziale Politik kann man auch machen ohne Deutschtümelei, ohne nationalistisches, ohne rassistisches, ohne all das, kann man all die Probleme lösen, die die AfD gerne lösen möchte, aber nicht kann, weil sie nicht kompetent genug dazu ist, ja, und also die Next Scientist for Future als die evolutionsbiologische, verantwortungsbewusste und vernünftige evolutionsbiologische Linke, die kritisiert aber natürlich auch das andere Lager, nämlich die Gemeinwohlökonomie, die steht eher sozusagen für die verträumte Linke und für die linkskriminellen verfassungsfeindliche oder die kriminelle verfassungsfeindliche Linke sozusagen, ja, und zwar lese ich dazu mal einen Kommentar vor, den ich auch im Internet gefunden habe, schaue ich mal, wo ist das, also erst nochmal hier der Hinweis, das ist ja unser Tagesbild, aber erst mal lese ich das vor hier, das ältere, 30 Jahre alte, ausgereifte Original, echter Gemeinwohlökonomie, also vernünftig linker Gemeinwohlökonomie, linker evolutionsbiologischer oder vernünftiger evolutionsbiologischer linker Gemeinwohlökonomie mit dem richtigen Weg zur Schließung, zur sanften Schließung der Schere zwischen Arm und Reich, die niemandem wehtut sozusagen, Doppelpunkt nextscientistsforfuture.de Bei Felbers modernem, unausgereiften Schnellschuss fallen einem eher andere Sekten wie Scientology ein, die ebenfalls in der Wirtschaft willige Opfer gefunden haben. Nur handelt es sich hier um eine linksverträumte bis linksverfassungsfeindliche Sekte mit Enteignungsträumereien wie Gehalts- und Unternehmensgrößenbegrenzungen, wobei jeweils das zu viel enteignet wird, das vermeintliche zu viel, was zur sofortigen Abwanderung aller höher qualifizierten und sehr erfolgreichen Unternehmen führt und verarmte Länder mit Massenarbeitslosigkeit hinterlässt. Letztlich wird das Investitionskapital den kompetenten Arbeitsplätze schaffenden Unternehmern aus der Hand genommen und in die inkompetente Staatshand genommen, wo es dann nutzlos, ohne Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze vergeudet wird. Und dann noch der extreme Bildungs- und Wissensmangel. Keine Ahnung von vorteilbringenden Irrtümern als den kapitalistischen Hauptkillern. Unausgereift halt das Ganze. Ja, ganz kurz nochmal zu den vorteilbringenden Irrtümern. Ja, also hier die Brücke in der Zukunft, die uns wegführt hier von, liebe Wähler, die soll sie wegführen von der rechten AfD zur vernünftig evolutionsbiologischen linken Partei Wir 2020, wenn sie denn nun am Ende die gesamten Reformen der Next Scientist for Future auch wirklich übernimmt oder wirklich übernehmen wird. Und hier, also, hier haben wir einen Früharzt und Frühhändler und der hat lauter Wahrheiten im Kopf, erzeugt damit kein Zusatzeinkommen und geht irgendwann deswegen pleite. Und hier haben wir den ersten, sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, Irrenden, Früharzt und Frühhändler. Und der erzählt Dinge, die den Leuten Angst vor den naturgegebenen Glücksmöglichkeiten, vor den körperlichen Glücksmöglichkeiten machen. Er erzeugt also eine innere, ängstliche Körperfeindlichkeit und Sexualitäts- und Liebesfeindlichkeit und so weiter. Generell eine Feindlichkeit gegenüber allem, was auf natürliche Weise glücklich macht. Und dadurch erleiden die Menschen einen Oxytocin-Mangel, einen Endorphin-Mangel und, und, und. Insgesamt also einen Glückshormone-Mangel und, und dadurch werden die Leute Shopping- und Kaufsüchtig und er wird total erfolgreich. Gerade weil er das Glück der Menschen zerstört, müssen sie ja das Glück bei seinen Produkten suchen, Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten, Tabak, Alkohol, was auch immer. Also bei den üblichen Konsumdrogen und so weiter. Und dadurch wird er unheimlich erfolgreich, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird er Vorfahre von Trosten, Wieler, Lauterbach, Aldi, Alnatura und wie sie alle heißen. Und er wird der geistige Vorfahre von allen anderen, denn auch geistig können ja seine vorteilbringenden Irrtümer von anderen und übernommen werden, ohne dass es die leiblichen Kinder sein müssen oder Nachfahren sein müssen. Also wir haben es mit geistigen Nachfahren zu tun und mit körperlichen Nachfahren und so breiten sich dann diese Killer-Viren des Geistes als die kapitalistischen Killer aus und zerstören seit 400.000 Jahren unser aller Leben. Und ja, also insofern ist das jetzt hier nochmal beschrieben. Ja, also keine Ahnung von diesen vorteilbringenden Irrtümern als den kapitalistischen Hauptkillern und wie lässt man jetzt diese vorteilbringenden Irrtümer aussterben? Man muss hier positive Anreize quasi setzen. VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Dadurch werden sich die Irrtümer als nachteilbringend dann erweisen und die Wahrheiten sich als vorteilbringend erweisen und dann breiten sich in Zukunft dann nach der Setzung der positiven Anreize breiten sich die dann zukünftig vorteilbringenden Wahrheiten aus und wir dürfen alle wieder glücklich und natürlich leben und so weiter und kommen weg von der Konsumsucht, der Kaufsucht und der Shoppingsucht und so weiter und werden gesund. Dazu passt jetzt auch, was der Corona-Ausschuss zufällig entdeckt, dass die auch eine schriftliche, also die werden sicherlich auch nochmal die Sendung Corona-Ausschuss 12 ab 1 Stunde 47.22 nochmal wiederholen und nochmal wiederholt ausstrahlen, die Sender Ovalmedia und Corona-Ausschuss. Aber die haben auch ein schriftliches kleines Summary gemacht und da sind die Next Scientists for Future auch gewähnt, also Summary oder Zusammenfassung von Corona-Ausschuss. Thema Fehlanreize im System. Es zeichnen sich auf einer Vielzahl von Ebenen Fehlanreize ab, die die Entstehung der Corona- und Lockdown-Krise begünstigt haben. Der Gesundheitscoach Don Dillon von den Next Scientists for Future thematisiert, dass das aktuelle Gesundheitssystem grundsätzlich fehlorientiert sei, weil sich eine effektive Krankheitsprävention zum Beispiel durch Stärkung des Immunsystems, durch Gemeinschaft, durch Freude stiftende Erlebnisse wirtschaftlich nicht lohne. Wirtschaftlich interessant sei derzeit nur die Apparate Medizin, ich muss ergänzen, die Impfmedizin, die Testmedizin und der an dieser hängende Verkauf von ihrerseits teilweise toxischen Medikamenten oder schädlichen Operationen muss ich ergänzen. Sieht man dies im Zusammenhang mit der industriellen Produktion von teils gefährlichen, zum Beispiel völlig überzuckerten Lebensmitteln, so wird ein krankmachender, aus sich gegenseitig bedingenden Fehlanreizen bestehender Kreislauf offensichtlich, krankmachende, industriell produzierte Lebensmittel führen direkt in die Apparate und Medikamente Medizin, ja als Patienten und Dauerpatienten, oder in die Impf- und Testmedizin. Der ehemalige Wirtschaftsdezendent Heinz Kruse berichtet über verknöcherte Strukturen im Verwaltungsbereich und bei den politischen Parteien, die dazu führen würden, dass es schwer sei, einen einmal eingeschlagenen Weg zu verlassen, einen Fehler zu erkennen, geschweige denn zu korrigieren. Ja, das haben wir, die Situation, deswegen brauchen wir ja die Partei WIR 2020. Ohne das geht es nicht. Ja, es gibt keinen anderen Änderungsweg. Bin mal gespannt, ob die Klagen wirklich irgendwas erreichen. Ich hoffe es, aber ich habe da so meine Bedenken, es wäre ja schön, aber ich glaube es ja nicht. Ich glaube ja nicht, dass man gegen die weltweite Pharma- und Impfindustrie und Testindustrie ankommen wird, die hat ja alles im Griff fest und die ist da einfach mächtiger, denke ich. Ja, das heißt also, ich gehe nochmal kurz hier auf unser schönes Bildchen und gucke mal, was es sonst noch gibt an Kurznachrichten. So, Coronavirus muss eingeblendet werden. Ja, also, die Politiker haben doch weltweit längst erkannt, je härter wir durchgreifen, je härter wir die Zügel anziehen, desto mehr Wählerstimmen gibt es, also dann auch bei der Bundestagswahl. Also, wir müssen davon ausgehen, dass die CDU die Bundestagswahl gewinnen wird, weil sie gnadenlos die Zügel grausam anziehen wird und die Bürger sozusagen mit zügeln wird, mit harter Hand, weil sie dann von den ungebildeten Menschen halt die meisten Stimmen bekommen, die die Sachen nicht durchschauen, sozusagen. Und jetzt nochmal zur Gemeinwohlökonomie. Der Mensch ist in dieser Sekte untergeordnet wichtig. Die wahren und verehrten Götter sind zum Beispiel Gaia. Ich glaube, Christian Felber spricht das sogar aus, das Wort Gaia oder so ähnlich. Oder Mutter Erde oder der hat so ein indisches Wort da, glaube ich, benutzt bei Thilo Jung. Irgend so was mit, auf jeden Fall eine indische Variante von Mutter Erde oder so. Also, die Erde wird als Gott gesehen, also sozusagen. Es geht nicht mehr um glückliche, gesunde, langlebige Menschen, die in einem Wirtschaftswunder leben, sondern es geht um die Verehrung des Gottes, die Erde, die Natur um der Natur willen, die Tierwelt um der Tierwelt willen. Es geht um die Menschen im Rest der Welt, das sind die Götter, um die man sich sorgt. Aber nicht um die Nachbarn und Bürger in Deutschland. Die sind egal. Die kann man ruhig opfern. Das ist so typisch linkskriminell, linksverfassungsfeindlich, linksverträumt. Nein, sagt die vernünftige evolutionsbiologische Linke. Wir müssen doch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Unsere Bürger sind doch uns das Wichtigste. Die Erde so pfleglich behandeln, dass es für unsere Bürger das Beste ist. Aber nur so weit. Nicht aus der Erde einen Gott machen. Es geht nur darum, dass es unseren Bürgern maximal gut geht, sie zum Beispiel die bestmöglichsten Wohlfühlstimmen abgeben. Wobei mir gerade noch mal so einfällt, zum Beispiel sehr schwierig als Reform, ist ja nicht nur die Bildungsreform, sondern die Automobilreform. Ich meine, die Komplexität der Daten würde sich da schon reduzieren lassen, dadurch, dass man ja sieht, dass eigentlich ganz viele Automarken von einem Autokonzern sozusagen verantwortet werden. Also der VW-Konzern hat viele Marken, andere Konzerne haben auch wieder viele Marken. Und jedes Auto kriegt nur sozusagen einen Funkcode des obersten Verantwortlichen. Also zum Beispiel VW-Konzern. Also wenn es irgendwie so ein spanisches Auto ist oder was da, das aber auch zum VW-Konzern gehört, dann kriegt das nur eben ein Funksignal. Alle kriegen das Signal VW. Und alle, die zu, was weiß ich, Marken, die zu General Motors gehören, kriegen auch nur ein Funksignal. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber trotzdem wären die Daten sehr viel. Denn wir müssten ja jetzt überall in jeder Straße Deutschlands erfassen. Und dann würden sich bestimmte Unterschiede zeigen, dass in manchen Regionen etwas mehr Mercedes fahren, in manchen etwas mehr Volkswagen-Konzernen, in manchen etwas mehr sozusagen General Motors Fahrzeuge oder und so weiter. Und in manchen mehr Toyota-Konzern-Fahrzeuge und so weiter. Und da würde dann eben man statistisch auswerten können, überall und würde man dann mit multivariaten statistischen Verfahren sehen, überall, wo mehr sozusagen, zum Beispiel Volkswagen fahren, dort sind typischerweise die Wohlfühlstimmen schlechter. Jetzt kann das natürlich bedeuten, dass die Leute da generell sozial schwächer sind, beschlechtere Wohlfühlstimmen haben und das in Gebieten, wo Mercedes ist und so weiter. Man muss dann also sozusagen auch wieder rausrechnen, den sozialen Standard dieser Menschen, quasi wegrechnen davon. Und am Ende kommt man dann darauf, dass also die Volkswagen-Gruppe mehr Giftstoffe absondert, giftige Stoffe und schädliche Stoffe, mehr Schadstoffe absondert, als zum Beispiel die Mercedes-Gruppe oder die General Motors Gruppe. Und so kann man dann die Verdienstzuschläge drastisch danach bestimmen. Also natürlich bei den Fabriken ist es ganz einfach. Da kann man natürlich auch die Umkreismessung machen bei jeder Fabrik. Wie weit schadet, sendet die Fabrik Schadstoffe aus oder wirkt sich schädlich auf die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten dieser Umkreisregionen sozusagen, aller Werke sozusagen. Ja, wie wirkt es sich aus? Und bei den Autos kann man dann eben auch bei allen Kraftfahrzeugen, bei Fahrrädern müssen wir das, glaube ich, nicht machen, aber bei allen Kraftfahrzeugen können wir dann so, auch bei Motorrädern und so weiter, können wir dann eben erfassen, ist das wirklich jetzt ein absolut emissionsfreies Fahrzeug, vielleicht mit Wasserstoffmotor oder vielleicht sogar ein lautloses Fahrzeug wie ein Elektrofahrzeug und richtet das also bei den Bürgern weniger Schaden an und so weiter. Und so werden dann die Verdienstzuschläge ausgerichtet und die, die für uns am wenigsten Gesundheitsschäden für die Menschen, für die Bürger in Deutschland produzieren, die kriegen dann die größten Verdienstzuschlüsse und die anderen gehen dann pleite. Und so ist dann der Wettbewerb neu. Also, nochmal zu dieser Sekte. Übrigens nochmal, also wir beschäftigen uns ja mit der Gemeinwohlökonomie, mit Thilo Sarrazin, mit Ulrich Kutschera und der AfD ja nur, weil nicht alles total verkehrt ist an denen. Mit denen, die, also Sie merken es ja, dass wir uns in letzter Zeit mit ganz vielen Leuten, die es so im Internet zum Beispiel gibt, gar nicht mehr beschäftigen, weil wir uns mit so inkompetenten Leuten einfach grundsätzlich nicht mehr auseinandersetzen, das ist sowieso verlorene Zeit, sowohl diese Leute zu hören, als denen auch nur die geringste Aufmerksamkeit zu schenken. Also insofern, wir widmen uns ja nur deswegen der GWÖ kritisch und weisen sie auf ihren Sektencharakter hin sozusagen, weil wir sie eventuell verbessern wollen und dann vielleicht ein paar entsprechend Partner haben, weil bei denen vielleicht noch Hopfen und Malz nicht ganz verloren ist. Aber nochmal, die Kritik muss trotzdem sachlich und scharf sein. Also noch einmal, die Erde zu vergöttern, die Natur zu vergöttern, die Tierwelt zu vergöttern und die Menschen vom Rest der Welt zu vergöttern, ist der falsche Weg. Die vernünftige evolutionsbiologische Linke, soziale Linke sagt, wir machen soziale Politik für unsere Menschen, für unsere Nachbarn, für unsere Bürger. Und der Rest der Welt interessiert uns erstmal so, wie wenn ein Sack Reis in China rumfällt. Und anders darf es auch nicht sein. Und das bedeutet eben, dass wir so weit mithelfen bei der Erdschonung, dass es unseren Menschen besser geht. Und dass wir so weit bei der Naturschonung mithelfen, dass unsere Menschen die besten Wohlfühlstimmen abgeben. Und dass wir so weit sanfter mit der Tierwelt und den Nutztieren umgehen, dass die Menschen dadurch gesünder leben können und besser leben können. Ja? Und die Menschen im Rest der Welt interessieren uns erst einmal, dürfen uns erst einmal gar nicht interessieren. Ja? Wenn die Partei wir 2020 antreten würde und sagt, wir wollen die Menschen aus dem Rest der Welt retten, ja, wer wird die dann in Deutschland wählen? Außer ein paar verrückte Moralisten. Das wird niemand wählen. Der Bürger will, dass man sich um ihn und sein Wohl kümmert. Und da hat er auch, das ist auch richtig so, ja. Deswegen die evolutionsbiologische, vernünftige Linke, ja. Wir machen soziale Politik für unsere Menschen, ja. Und dann können doch die anderen Staaten, die Next Scientists for Future und den Weltrat, rufen und sich von denen reformieren lassen. Und dann geht es denen auch gut. Aber das ist doch nicht die Sache Deutschlands, ja. Das ist doch eine Sache, da stehen wir dann, sind wir dann bereit, mindestens also über Online-Konferenzen sind wir bereit, alle Ministerien der Welt da zu beraten. Nur, wie gesagt, die Formel kostenlos gilt nur für den ersten Staat, für das erste Großunternehmen der Welt. Und danach gibt es keine Verpflichtung mehr, kostenlos zu agieren für den Weltrat und die Next Scientists for Future, ne. Also das Ehrenamt gilt nur für den ersten, den ersten in Anspruch Nehmenden, ne, unserer Hilfe sozusagen, unserer Beratung. So wie jetzt wir alles kostenlos für die Partei, wir 2020 uns einsetzen, weil sie ist ja quasi Teil hoffentlich des zukünftigen Staates, denn sie wird doch hoffentlich so vernünftig sein und dass sie von den 56 Prozent, die die Next Scientists for Future Reformen erzielen könnten, dass sie davon sozusagen hoffentlich, dass wir es schaffen mit der Formel, wir 2020 erreicht 20 Millionen Klicks im Internet, erreicht Internetfernsehen, erreicht dadurch dann 20 Prozent bei der Bundestagswahl und wird dann zum Koalitionspartner für die CDU und ersetzt dadurch die SPD und die Grünen als Koalitionspartner und führt dann dazu, dass wir endlich eine wirklich soziale, menschliche, glückliche, gesunde Gesellschaft bekommen, eben eine auf der vernünftigen, evolutionsbiologischen, linken, Politik, Wissenschaft, fußenden, idealen Gesellschaft, während ja Thilo Sarrazin und Ulrich Kotschera eher zur evolutionsbiologischen Rechten gehören, auch Markus Krall würde ich auch tendenziell eher, ja, er versucht so ein bisschen evolutionsbiologisch zu sein, mit Vorsicht kann man eben auch, auch Markus Krall und zur Not auch die AfD in so eine Art evolutionsbiologische Rechte einordnen, ja, und die, dann kommen die Next Scientists for Future als evolutionsbiologische Linke und dann kommt die linksverträumte und teilweise linksverfassungsfeindliche Gemeinwohlökonomie, was ich ja gerade eben vorgelesen habe, ja, und, ja, und mit anderen Dingen, Sie merken es, dass wir uns nicht mehr mit so vielen anderen Dingen auseinandersetzen, also, wir werden uns zukünftig sowieso nur noch mit Leuten auseinandersetzen, hier in den Sendungen, bei denen nicht restlos Hopfen und Malz verloren ist, sozusagen, ja, ja, das war es doch schon wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute, tschüssi, bis bald! Tschüssi, bis bald! Tschüssi, bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020